Das ist Lena. Bald hat sie ihr Abi in der Tasche und möchte danach an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg der HBAS studieren. Du auch? Und genau wie du versucht Lena herauszufinden, wie genau Bewerbung und Zulassung funktionieren. Doch alles scheint so kompliziert. Wo und wann muss ich mich bewerben? Oder reicht die Einschreibung? Was ist ein NC? Und was sind Wartesemester? Und wie funktioniert das alles? Lena, wir erklären es dir. Lena weiß, dass es zulassungsfreie Bachelorstudiengänge gibt. Für einen zulassungsfreien Studiengang muss sie sich nicht bewerben. Sie kann sich direkt einschreiben. Doch Lena interessiert sich für einen zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengang. Was bedeutet das? Zulassungsbeschränkte Studiengänge erfordern eine Bewerbung. Wie genau das funktioniert, weiß Lenas Freund Leon und erklärt es ihr und euch in seinem Video zur Onlinebewerbung. Nach Ende der Bewerbungsfrist gibt es für die zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengänge ein Vergabeverfahren. 20% der Studienplätze werden nach der Note der Hochschulzugangsberechtigung HZB vergeben. 80% nach dem Ergebnis des hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Ein kleiner Teil der Studienplätze im Auswahlverfahren geht an beruflich Qualifizierte ohne Abitur oder Fachhochschulreife. Der Rest wird vergeben anhand einer Auswahlverfahrensnote. Die Auswahlverfahrensnote berechnet sich an der HBAS aus Note der Hochschulzugangsberechtigung minus 0,1 Notenpunkte pro Wartesemester. Achtung, es können maximal 7 Wartesemester angerechnet werden. Wartesemester sind übrigens alle Semester, also Halbjahre, in denen du nach dem Erreichen der HZB nicht an einer deutschen Hochschule eingeschrieben bist. Lena sagt, meine Abiturnote wird einer 2,5 und ich plane ein FSJ und sammle so automatisch zwei Wartesemester. Lena, deine Verfahrensnote nach dem FSJ wäre also 2,3. Und was bedeutet das? Du und all die anderen Studieninteressierten, ihr bewerbt euch auf die vorhandenen Studienplätze in eurem Wunschstudiengang. Die ersten Studienplätze werden durch Vorweg- und Vorabzulassung vergeben, zum Beispiel für Personen, die eine Zulassung wegen der Ableistung eines Dienstes zurückstellen konnten. Alle BewerberInnen werden anschließend in verschiedenen Kategorien, Quoten, in eine Rangfolge gebracht. Übrigens, der NC gibt am Ende des Verfahrens an, welche Not die oder der zuletzt zugelassene BewerberInnen hatte. Numerus Clausus bedeutet also Zulassungsgrenze. Nach der Vorweg- und Vorabzulassung gehen zunächst 20% der übrigen Plätze an die Abiturbesten. Und 80% werden nach dem Auswahlverfahren der Hochschule vergeben. Davon 3,1% an beruflich Qualifizierte und 96,9% nach der Verfahrensnote. Manchmal kann es ganz schön lange dauern, bis man Nachricht bekommt, ob man einen Platz erhält. Da sich viele auf mehrere Studienplätze bewerben, werden die Ranglisten im Koordinierungsprozess immer wieder aktualisiert. Ranglisten werden aktualisiert? Genau, denn im Verlauf des Verfahrens werden immer wieder Plätze frei, weil jemand ein Studienangebot ablehnt oder sich in einen anderen Studiengang einschreibt. Die freigewordenen Plätze werden dann der nächsten Bewerberin oder dem nächsten Bewerber gemäß der Rangliste angeboten. Und so klappt es vielleicht doch noch mit dem Traumstudium. Und das Abenteuerstudium kann beginnen. Und das Abenteuerstudium! Und das Abenteuerstudium! Vielen Dank.